So, wir wollen uns mit einer Aufgabe beschäftigen und zwar geht es hier um darum, Schaltglieder zu simulieren. Das ist eine schöne Aufgabe eigentlich, weil sie ein ganz anderes Paradigma, also eine andere Art von Denke im Umgang mit Einheiten betrachtet, die etwas berechnen. Wir gehen die erstmal kurz durch die Aufgabe und ich kommentiere ein bisschen diese Aufgabe als solches, damit Sie auch meine Hintergründe dazu verstehen, die mir dabei im Hinterkopf sind und die vielleicht auch die Aufgabe ein bisschen verständlicher machen. Schaltglieder haben Sie vielleicht in der Schule schon gehabt oder, also eher im Physikunterricht oder das im Laufe des Studiums bereits kennengelernt. Schaltglieder aus der digitalen Schaltungstechnik sind also Einheiten, an die man etwas einlegt, nämlich weil es digitale Schaltungstechnik ist, eine 0 oder eine 1 und dann kommt am Ausgang etwas raus. Und die kann man miteinander verdrahten, was man dann auch physisch tut, wenn man das umsetzt in Hardware. Dann zieht man Drähte und baut aus diesen Schaltungsgattern eine kompliziertere Schaltung auf. Ganz interessant wird es beim Flipflop, aber da kommen wir gleich noch dazu. Die Umsetzung eines Endschaltgliedes. Gegeben sind die Enumeration BIT und das Interface Gate. Das sehen Sie hier, da ist die Enumeration BIT, die hat 0 oder 1 und dann haben Sie ein Interface Gate. Das nochmal kurz erläutert. Wenn Sie sowas haben, wir müssen mal eben die J-Shell starten. Wenn Sie eine Enumeration haben, Inam BIT, hier in dem Fall mit 0 und 1. Dann können wir jetzt ein New BIT meinen, man müsste jetzt sowas hier machen. Das wird aber nicht funktionieren. Sie sehen, das geht hier so gar nicht. Damit ist schon verbunden, dass es diese Objekte gibt. BIT 0 und BIT 1 haben wir. Das sind jetzt zwei Instanzen, die werden nicht so wie üblich sonst bei den Klassen Ihnen angezeigt, mit so einer Klassenname, add und dann so einer Hexadezimal-Code langsam, sondern hier wird Ihnen als Ausgabe der Name, den Sie definiert haben, in der Enumeration zurückgegeben. Das sind also Instanzen einer Klasse BIT und die haben gleich diesen Namen bekommen. Die bekommen Sie also zugegriffen über die Klasse und dann, das ist also eine Variable, eine Klassenvariable und die ist instanziiert mit einer Instanz der Klasse BIT. Das ist ein bisschen, da muss man sich dran gewöhnen an diese Vorstellung, aber Sie können auch einfach hier diesen Gebrauch so sehen. Sie schreiben einfach den Klassennamen Punkt 0 oder run hin und das sind Instanzen der Klasse BIT, der Enumeration BIT. Und dann haben wir noch das Interface, Gate und was Sie hier sehen, da sind also definiert, deklariert zwei Methoden. Einmal eine Methode Process, die nimmt eine beliebige Anzahl an BITs entgegen, als Argument, wenn man sie aufruft, das ist der Input und sie liefert zurück den Typ Gate. Das heißt also wieder ein Verhaltenstyp, Interface ist ein Verhaltenstyp. Und die zweite Methode, die es da gibt, die ist GetOutput und die ist also parameterlos, wird also ohne Argumente aufgerufen und gibt ein Array von BITs zurück. Das ist alles. Und dahinter liegt eine ganz interessante Idee, warum das so gemacht wird. Da komme ich gleich nochmal dazu. Das beschreibt dann auch der Text hier, das Interface für Entscheidglied Gate, deklariert zwei Methoden. Process, die Verarbeitung von Inputs, der beliebig viele BITs haben kann, potenziell. Darum eben diese VarArgs für den Input und die Anzahl der Eingangspits hängt ab von der Anzahl der Eingangspins des Schaltglieds. Klar, das ist der Bezug. Und die Methode GetOutput liest das Verarbeitungsergebnis an den Pins des Ausgangs aus. Damit haben sie also entkoppelt die Verarbeitung der Eingänge und die Ausgabe der Ausgänge. Normalerweise, kommen wir nochmal darauf zurück, wenn wir normalerweise eine Methode deklarieren, machen wir mal gerade eine Methode IntegerTest oder einfach Add. Und da haben wir ein x und ein int y und wir machen nur ein Return x plus y. So was Einfaches hier. Diese Methode ist ja auch so etwas. Da haben sie einen Eingang, wenn man so möchte. Zwei Eingänge in dem Fall, nämlich x und y. Und sie bekommen etwas vom Typ in zurück. Also einen Zahlenwert kriegen sie zurück. Wenn wir das so aufrufen, zum Beispiel 7 und 3, kommt selbstverständlich die 10 zurück. Hier in diesem rechten Prozess, und das ist ja eigentlich der Witz einer Methode, die funktioniert so, dass sie, sobald sie das aufrufen, also diese Rundenklammer sind ja sozusagen der Aufrufoperator der Methode mit den zwei Argumenten 7 und 3, übergeben sie die Argumente, die werden evaluiert, sie erinnern sich, und dann wird das ausgeführt, was im Methodenrumpf der Methode Add deklariert worden ist, und dann bekommen sie sofort das Ergebnis zurück. Also es gibt hier zwischen dem Aufruf und der Ergebnisrückgabe überhaupt gar keinen Versatz mehr. Gate, wenn sie so wollen, macht es anders. Das sagt das Aufrufen. Wir könnten also hier auch so etwas wie Call machen. Es gibt hier also einen Aufruf oder Apply die Anwendung von, wir übergeben den Input und dann verarbeiten wir den und der Abruf des Ergebnisses. Ops, sorry. Die sind unterschiedlich. Also das wäre so, als ob wir erstmal Add und sowas wie zum Beispiel eben Process machen, dann 7.3, und dann wird das mir zum Beispiel ein Void ergeben in dem Fall, oder wieder ein, nee, sorry, das kann nicht Void, sondern ich bekomme ein bestimmtes Objekt zurück. Das kann ich jetzt natürlich nicht ausführen. Dann bekäme ich ein Objekt irgendetwas, und das könnte ich dann zum Beispiel Get Output oder Get Result zum Beispiel dann befragen, und dann erst bekäme ich als Ergebnis die 10 da zurück. Also das würde mir dann die 10 liefern. Das wäre also das Äquivalent. Warum wir das machen, das erklärt sich, wenn wir gleich dann in die Musterlösung schauen. So, hier das Schaltbild für ein End, das sehen Sie hier, zwei Eingänge, das heißt zwei Bit-Eingänge, eins und zwei, und ein Ausgang. Wenn wir also eine, nehmen wir jetzt an, diese Klasse End ist implementiert, und sie greift auf das Interface Gate zurück. Dann, wenn wir eine Instanz anlegen, können wir, müssen wir natürlich ein Gate offenbar zurückkriegen, also ein Objekt vom Typ Gate. Das kann dann Process, die beiden Bits, verarbeiten, und danach kann ich den Output abrufen, und weil es ein Array ist, kann ich also die, so viele Werte abfragen, wie in dem Array abgelegt sind. Bei einem End macht es nicht Sinn, mehrere Outputs zu haben, da gibt es nur genau eins, also müssen Sie den mit dem Index 0 abrufen, und dann sehen Sie das Ergebnis. Wenn wir also bei einem Endgate 1,1 anlegen, kommt auch am Ausgang eine 1 raus. Alle anderen Bit-Kombinationen, die wir anlegen, ergeben immer ein 0. Das sollen Sie implementieren, wie das hier funktioniert. Dann verweise ich hier noch auf Folien, wir gucken uns die gleich mal an. Dann gibt es noch das NOR-Schaltglied, das ist in einer bestimmten Art und Weise definiert, und dann gibt es ein Flip-Flop, diese Art von Schaltung, die aus nichts anderem besteht, aus zwei NOR-Gattern, die zwei Eingänge selbstverständlich haben. Da sehen Sie, der obere Eingang zum oberen NOR wird als Z bezeichnet, der untere Eingang vom unteren NOR wird als Reset bezeichnet, warum auch immer. Und dann ist es so, dass hier ist nichts anderes als dieser schwarze Knubbel, eine Schaltungsverknüpfung. Dann wird der Ausgang zum Eingang des anderen geführt und der untere Ausgang auch noch zum Eingang des oberen. Und diese Ausgänge sind gleichzeitig der Output, den wir haben. Und das gilt es dann auch mal umzusetzen und sich anzuschauen, wie das funktioniert. Mit den Oberklassen, das ist noch eine weitere Abstraktion. Mit der man arbeiten kann oder eine Zwischenschicht, die man einziehen kann. Kurz noch mal zu diesem hier schon die Musterlösung, die besprechen wir gleich kurz noch mal hierzu. Bei den Schaltungen ist es so, hier sind die grundlegend definiert. X und Y sind immer hier die zwei Pins von oben nach unten und Z ist immer die Ergebnisspalte. Hier sehen Sie also, wenn ich 0,0 anlege, kommt eine 0 rein. Bei 0,1 genauso bei 1,0 auch. Nur bei 1,1 kommt auch eine 1 zurück. Das NOR-Gate ist, Sie sehen, auf eine interessante Weise anders definiert. Nämlich nur 0,0 ergibt eine 1 und alle anderen Kombinationen ergeben einem Ausgang eine 0. Und wenn Sie wollen, das können Sie einfach so definitorisch nehmen, also als gesetzt geben, dieses OOR, XOR und NAND-Gate, die funktionieren eben auf die wie jeweilig definierte Art und Weise. Das können wir uns erst mal angucken, wie das so implementiert worden ist von hier an der Stelle. Sie sehen, wir haben hier unser Inam und unser Interface, von dem wir eben gesprochen haben. Dann gibt es eine abstrakte Klasse, die schon etwas Besonderes macht. Das gucken wir uns gleich mal an, wie das ist. Und dann haben wir hier die Klasse AND, die erweitert Gateout1. Also das ist ein Schaltglied, das nur einen Ausgang hat und implementiert aber auch das Interface, das obige. Was ist eine abstrakte Klasse? Eine abstrakte Klasse ist eine Klasse, die nicht instanziiert werden kann. Das können Sie also an der Stelle sich völlig knicken, diesen Versuch, diese Klasse zu instanzieren. Wir machen das mal eben, dass wir versuchen, von der Klasse Gateout, Instanz, zu erzeugen. Dann sehen Sie, Gateout ist abstrakt, kann nicht instanziiert werden. Warum schreiben wir Klassen, die wir nicht instanzieren können? Das ist ein bisschen sinnlos. Genau dafür, weil sie schon ein vorausgefülltes Template ist, wenn Sie so möchten, schon einige Implementierungsanteile hat, die ich woanders verwenden möchte. Sie sehen zum Beispiel hier, dass ich AND genauso wie NOR jedes Mal von Gateout ableite. Das heißt, das ist eine brauchbare Oberklasse, die mir schon Teile der Implementierung liefert, für sich selbst eigenständig Unsinn ist, aber im Zusammenhang, also in erweiterte Form, dann gebraucht werden kann. Und um zu verhindern, dass man diesen Nonsens, diesen unvollständigen Anteil instanzieren kann, schreibt man Abstract davor. Was man hier sieht, ist, dass man ein Bitout hat, also ein Out vom Typ Bit, das zufällig gesetzt wird, random, new random, next in 2, liefert mir entweder den Wert 0 oder 1 und dann setze ich entweder Bit 0 oder Bit 1. Jetzt könnten Sie natürlich argumentieren, warum hat der Herzberg nicht gleich Integer für Bits genommen? Na ja, ich wollte Ihnen zeigen, dass Sie mit den Inums arbeiten können. Dann können Sie wirklich definieren, es gibt nur diese zwei Werte und sonst nichts. Wenn Sie ein Integer nehmen, dann ist das ein beliebiger Zahlenwert. Sie hätten natürlich auch Boolean nehmen können, aber ich möchte hier nicht mit den Begriffen von falsch und wahr arbeiten, sondern wollte Ihnen zeigen, mit dem Inum, mit dem Aufzählungstypen, kann ich wirklich selber definieren, nein, es geht nicht um wahr und falsch, es geht in der Digitaltechnik um 0 und 1. So, das mache ich also den Ausgang hier zufällig, dieses Bit Out zufällig und dann gibt es ein Get Output, die Methode, die liefert mir das Bit Array zurück und liefert mir Return Bit Out. Das ist alles, also ich bekomme ein Array zurück nur mit dem Bit Out. Das ist alles. So, schauen wir uns jetzt Ant an. Wir übernehmen also die Variable Bit Out, die können sich also gedanklich, die zwei Zeilen, können sich gedanklich vorstellen, dass die da reingeschrieben werden hier, dass die also da drin stehen und dann kommt jetzt nur noch, das fehlt uns ja, um Gate zu implementieren, hier wo es steht, fehlt ja jetzt nur noch die Process Methode, dass also Bits verarbeitet werden. Hier nochmal über das Assert nochmal stellen wir sicher, dass wirklich nur zwei Inputs auch verarbeitet werden und zwar genau zwei erwarten wir auch bei einem End und hier ist die Berechnungsformel für das Ergebnis. Also der Out, das ist die Frage, ob das Input 0, also das erste Pinchen aus diesem Schaltglied und das zweite Pinchen jedes Mal gleich sind Bit 1 und wenn das der Fall ist, dann sind wir auch eine 1, ansonsten immer eine 0 und dann returnen wir die eigene Instanz. Und damit sind wir an der Stelle fertig. Schauen wir uns das mal eben an. Wenn wir also ein End A machen, ach, wir können das auch einfach, wir machen das mal so. New End. So. Was kommt dann zurück? Sie sehen einfach eine Instanz der Klasse End, die wir da haben. Wenn wir das nochmal machen, kommt jedes Mal eine neue zurück. So, jetzt können wir ja mal Get Output machen. Wir haben also ein neues Gate deklariert und dann schauen wir uns an, was zurückkommt. Eine Zero. Ja, wir haben ja festgelegt, dass das zufällig einen Wert bekommt. Es müsste auch, ja, Sie sehen, irgendwann kommt eine One, wieder eine Zero. Wir legen jedes Mal hier eine neue Instanz ein. Das entspricht übrigens dem Vorgang, wenn Sie digitale Schaltglieder anschalten, also Strom anlegen, dann erwachen die sozusagen zum Leben. Sie werden instanziert in unserer Sprache der Objektorientierung und haben dann einen zufälligen Outputwert, weil auch die Inputwerte zufällig sind. Das habe ich hier also einfach so gelöst, indem ich sage, am Output ist irgendwas Zufälliges. Das ist tatsächlich so, auch in der Schaltungstechnik. Darum muss man auch Schaltungen regelrecht initialisieren, um die zufälligen Spannungen und was weiß ich, Quanteneffekte und was es sonst noch gibt, auszuleveln, um klaren Zustand zu setzen. Diese Aufgabe hat man also auch in der Digitaltechnik, sozusagen einen Konstruktor zu machen, der das in einen deklarierten Zustand bringt, eine Schaltung. Hier simulieren wir also ein Teil, wie sich Digitaltechnik auch verhält. So möchten wir jetzt was prozessieren, also an den Eingang legen, dann können wir zum Beispiel Bit One und noch ein Bit One da anlegen und dann bekommen wir erstmal nichts zurück, sondern nur eine Instanz und diese Instanz Dollar 27 können wir jetzt befragen nach Get Out Put und dann wird die Eins auch zurückkommen. Wir können das aber selbstverständlich auch direkt hier hinten dranhängen, Get Out Put und dann bekommen wir auch die One zurück. Wenn wir irgendwas hier anders machen, zum Beispiel eine Zero, dann ist das und so definiert, dass wir also auch eine Zero zurückbekommen. Warum dieser Umstand die Verarbeitung der Eingabe von der Ausgabe zu trennen? Das ist ja nicht so direkt offensichtlich. Man hätte ja sofort mit Process das Ergebnis zurückgeben können und nicht nur die Instanz von diesem Gate, die dann später nach dem Output befragt wird. Diese Frage stellt sich erst recht dann, wenn man sich mit dem Flipflop beschäftigt. Hier sehen Sie die zwei Nors und die sind dann verdrahtet, wenn man das so möchte. Nämlich beim Prozessieren sehen Sie, dass das eine Norgate den Input verarbeitet, aber auch den Output vom anderen und das andere Norgate den anderen Input verarbeitet, aber auch den Output des ersten Nors. Das, was also in der Verdrahtung so merkwürdig ist, kann ich hier genau so abbilden, wie es sein soll. Das funktioniert aber nur, wenn ich Output und Input Verarbeitung voneinander trenne, sonst renne ich in ein Problem, was ich nicht lösen kann. Das ist also das Geheimnis, wie ich Verdrahtung lösen kann, indem ich im Sinne hier unserer objektorientierten Programmierung, indem ich die Input Verarbeitung von der Output Abfrage trenne. Kommen wir mal gerade zu der Schaltungsberechnung von einem Flipflop. Das sind also unsere zwei Nors, die auf die Art und Weise verschaltet sind, wie wir das eben gesehen haben. Und hier ist nochmal zur Erinnerung das Norgate. Und wenn man hier so ein Kästchen drum macht und sagt, das sind die zwei Eingänge und das sind die zwei Ausgänge hier, und dann möchte man so eine Wertetabelle machen, wie wir das eben hier auch beim NOR gesehen haben, mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen, dann wird man feststellen, wenn man das Problem zu lösen versucht, man dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes im Kreis. Wenn man hat das Problem, um diesen Input am unteren NOR Gate zu kennen, was da anliegt, muss man den Output aber von hier oben, der hängt aber unter anderem vom Input ab von mir selber. Das ist eine Schleife, die sich nicht auflösen lässt, die kommt immer in Widersprüche rein. Darum steht hier ups. Und der Trick, den man haben muss und der in unserer Realität eben eine Rolle spielt, auch in der physikalischen ist, dass so ein Gate immer Zeit verbrennt. Es muss etwas berechnen. Selbst sowas Einfaches wie zwei Bits werden eingelegt und dann gibt es ein Ergebnis Bit, das benötigt Rechenzeit. Darum steht da Delta T. Delta T ist nichts anderes, das kennen Sie vielleicht noch aus der Physik, um zu sagen, das ist eine sehr kleine Zeit, die können wir aber auch festlegen, wie klein diese Zeit ist, die erzeugt einen Zeitunterschied in der Verarbeitung, also zwischen vorher und nachher. Und der wird explizit gemacht, wenn wir die Verarbeitung des Inputs trennen von der Abfrage, Wann ist der Output da? Und nur mit diesem kleinen Trick, dass es einen Zeitunterschied gibt, können Sie trennen die Abfrage vom Ausgang, das ist nämlich der Zeitzustand von eben und der neue Zeitzustand errechnet sich aus Alt plus Jetzt. Das sehen Sie hier dran, also Alt plus Jetzt ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, zwischen den Zuständen, die jetzt abrufbar sind an den Ausgabepins und jetzt anliegen und die bestimmen eine Zukunft, wie es demnächst aussehen wird, in der Zukunft an den Ausgehen. Das mag jetzt vielleicht alles ein bisschen flott sein, hier sieht man dann so eine Wertetabelle, die das alles umsetzt, ein bisschen verkürzt in der Schreibweise und dann kann man zeigen, dass so ein Flipflop dazu in der Lage ist, als Schwingglied zu fungieren. Das können Sie mal in Ruhe dann ausprobieren, wenn Sie ein bisschen Zugang haben dazu. Wo wollte ich nochmal hin? Genau hier zum Code. Das ist das Geheimnis, wenn wir das Ganze trennen, Eingangsverarbeitung von dem Ausgang abfragen und den Zustand, den neuen Zustand nach dem Process erst ablegen, dann haben wir die Möglichkeit eben diese Verdrahtung zu machen und simulieren Zeit dazwischen. Also nochmal zum Klarwerden, was hier passiert. Normalerweise können Sie einfach ein End so implementieren, dass wenn Sie hier, wenn wir das mal so nachbilden, jetzt habe ich mir ein Zeug, was ich gar nicht haben wollte, das New End und dann Process dann eben Bit 1 und Bit 0 dann würden wir ja ein Array uns zurückgeben hier zum Beispiel mit Bit 1 wieder 0 bei diesem Beispiel dann hätten wir sofort das Ergebnis so wie wir das jetzt machen ist es gepuffert in dieser Dollar 31 gerade in dieser Instanz die da zurückkommt da ist das Ganze jetzt drin gepuffert gucken wir uns jetzt das nochmal so an so wenn wir New End machen und die Dollar 32 jetzt einen Process drauf machen also zum Beispiel mit dem Bit 1 und dem Bit 0 dann sehen Sie kommt die gleiche Instanz wieder zurück aber die hat jetzt intern gespeichert das Ausgabe Ergebnis wir können mal gucken unter der Dollar 32 Out da sehen Sie schon da ist das Ergebnis abgelegt worden aber wir haben es noch nicht abgefragt darum können wir dieses Ergebnis wenn wir das hier vorher vorliegen haben ich muss mal gerade hier wieder drauf klicken wenn wir hier das prozessieren dann sehen Sie berechnen wir holen uns aber gerade den noch aktuellen Zustand von eben ab und berechnen dann mit Process den neuen und hier haben wir noch den Zustand der gerade noch gilt mit diesem Input und dann haben wir hier den neuen und daher funktioniert diese Rückkopplung und damit können wir rückverdrahtete Schaltungen realisieren und man macht das auch manchmal bei Methoden wir hatten ja vorhin am Anfang das Beispiel von Methoden die nicht entkoppelt sind das macht man manchmal auch durch Queues damit kann man dann zum Beispiel Nebenläufigkeit bewältigen eine ähnliche Grundidee liegt dem ganzen zugrunde ich hoffe dass Ihnen diese Ideenskizzierung jetzt so ein wenig zugänglich ist ich weiß wenn Sie das Flipflop nicht beherrschen ist das nicht 100% klar was da passiert und wie das da geht das sollten Sie mal ausprobieren zum Beispiel mit dieser Tabelle die ich Ihnen hier nochmal einblende dass wenn Sie bestimmte Werte hier anliegen am Anfang ist das auch im Flipflop zufällig also wir haben hier FF ist so ein Flipflop oder wir machen hier ein neues Flipflop Flippe Floppe und dann Get Output dann sehen Sie auch da dass es zufällig wie der Output am Anfang ist das heißt wenn ich das instanziere haben wir wieder Zufälle an diesen Ausgängen so jetzt haben wir auch mal beim ersten Ausgang ein Run dabei das heißt hier ist das ist zufällig am Anfang dann können wir das hier irgendwie setzen und dann kann man das das Flipflop in einen kontrollierten Zustand bringen zum Speichern oder zum Schwingen bringen auf die Art und Weise das kann man dann hier tatsächlich nachvollziehen indem man die einzelnen Schritte durchläuft beim Flipflop wenn man es setzt am Input also Process darauf macht dazu müssen sich aber ein bisschen mehr da hinein vertiefen wichtig war die Idee dass wir die Verarbeitung des Inputs vom Output koppeln und den Zwischenzustand speichern die wir haben und dadurch können wir Rückkopplung realisieren das habe ich jetzt oft genug wiederholt ich hoffe sie kommen mit der Aufgabe einigermaßen klar und verstehen zumindest die Grundidee die ich hier hinterlegt habe durch diese Entkopplung so viel dazu und viel Spaß noch